THE WALKING DAD Der hat mich hierher zurückgebracht Aus der Karnisation Und hat sich jetzt Kümmert sich jetzt mit Christa um Umid Und dann habe ich plötzlich gemerkt Ja, die Klemm, die fehlt Die ist irgendwie verschwunden, die ist verloren gegangen Ich dachte erst, die versteckt sich irgendwo Und treibt Scherze mit mir oder sowas Und dann bin ich nach unten gegangen Dort sitzt Kenny auf dem Sofa Und neben ihm Ben Und der ist schick besoffen Er ist, ja, ich weiß nicht Vielleicht wegen dem Klasel Wistdorf Ah, shit Jetzt wollte ich euch doch schnell das Grab zeigen Erst bevor ich da reingehe Ich habe ja eine übelste Vermutung Was dabei da drin ist, ihr habt es gesehen Die Klemm wird da Ja, die wird ja wohl nicht so ein riesen Tor bewegen können Auf jeden Fall Ja, naja, ich dachte schon Vielleicht versteckt sie sich im Hundehaus Was auch immer da drüben im Busch Ich habe es gesehen in der letzten Folge Ich dachte schon, die sitzt hier im Busch und macht Scherze mit mir Oder so Und jetzt wird aber langsam klar Hier ist was Übles im Gange Und ja, ich werde es da reingehen Weil es bleibt mir ja nix So, guck mal die Tür an Die Tür war in Hütten Ich glaube nicht, dass jemand von dort in kam Ja, oh, das wird immer heftiger Scheiße Scheiße Kacke Also ich geh da rein Niiiihil zieh doch mal die Waffe Ich denke, oh shit Schaut mal an Die muss ja Bärenkräfte Verdammt noch mal, da sind bestimmt ja da Zombies drin Ich hoffe es nicht, weil das auch eine Scheiße passiert ist wieder Ja, ich werde da reingehen Also bleibt mir ja nix Ich kann ja auch nicht zurück Ihr habt gemerkt Ich wollte eigentlich den Kenny und den Ben dazu holen Die sollen mir helfen suchen, aber die sind ja mit Zaufen beschäftigt, diese Ärsche. Ja, wie gesagt, ich geh jetzt hier rein und zieh doch mal die Waffe. Äh, Lee, scheiße doch mal. Vielleicht besser. Ist ja zugewachsen. Die hocken doch schon lang da. Ah, hallo, Kleine. Ja, genau, ich glaube, hab ich gar nicht weiterlesen. Hey, Green, komm, lass, komm, lass, komm, lass, komm, lass, komm, lass, komm, lass. Was hat sie denn gefunden jetzt? Ein Auto? Komm, wir endlich wieder abhauen, die in dem Scheißkopf da. Ist ja ein Boot. Ein Boot. Das ist ja cool. Heilige Scheiße, ich soll ja nicht fluchen. Äh, wow. I know, right? Katja hat mich aber so angeguckt, wenn ich geflucht hab vor der Kleinen. Na, vor dem Duck. Du, die war ja schon zu viel, also Mist war ja schon zu viel. Alter, lässt auch gleich die Flasche fallen. Hast du jetzt ausgesoffen? Ist die nur leer, oder was? Alter, auf Kopf. Mensch, der hat es halt verzweifelt. Das ist, das mit dem Jungen, das hat den fertig gemacht. Das haben wir gesehen. Der war richtig fertig mit dem, mit der Welt. So, das ist Vernon, falls ihr euch erinnert, der Arzt, der, der die Krebskranken betreut, da in dem, in dem Leichenschauhaus, wo sie oft schragen für die Leichen schlafen. Das war ja auch so, wenn er sagt, aha, was, die wilde Ideen haben die hier, echt. Äh, wie geht's um ihn, Christa, wie geht's dir, warum braucht Kelly denn so lange, keine Ahnung, auf jeden Fall, wie geht's denn um ihn? Oh, Mead's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound, but he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, huh? Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Well? You want the good news or the bad news? I think we could all use some good news. Good news is, the boat's seaworthy enough. In pretty good shape, mostly. Mostly? That's the bad news. Gas tank's empty, inner battery's dead. We need to fix both before she's taken us anyplace. Well, how are we supposed to get that stuff? Such a minute. Sounds like Crawford is the one place that has everything we need. Maybe we should try there. Now, hold on a minute. Surely we have to try? If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man? Might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly outside. What we need, 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 what we need. We need to know how we can sneak in there undetected. There might actually be a way. I know the sewer system that runs beneath Crawford like the back of my hand. You all wouldn't happen to have a map by any chance. Yeah, actually. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then. Going to Crawford? We can do this. I know it. Hell yeah we can. Are we seriously talking about this? I mean, what about the risk? I don't know about you, kid, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Come yet. We should go tonight, under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I'll be back to you, Clem. How long have you been there? Oh, there he is. Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? I don't want anyone else to die. I don't want anyone else to die. I won't 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 die. Sometimes we have to take that kind of risk. Yeah. Yeah. I guess I should go get ready. Oh. Say what now? You said you'd need all of us to do this. And you said I'm a big help. Remember? Stimmt. Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Oh, oh. I don't believe that they are there. Here at Mütkitz is for children. Yeah, for children. Where I'm going is just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. That's right. Ben kann ja wieder nicht auf die gucken, der Arsch. Won't I come with you? Ja. Ich nehm die mit. Ich lass die nicht mehr alleine zusammen. Nein. Doch, doch, du kannst mitkommen. Das ist doch scheiße. Ich lass die nicht mehr alleine. Jedes Mal, wenn ich die alleine war, guckt ja keiner. Verdammt, nur eins. Ja, klar. Kommt. Die hilft uns ja auch immer und überhaupt. Also ich... Doch, die soll mitkommen. Okay. Dann hab ich sie wenigstens im Auge. Lass dich in Chieb-Clam-Time mitzunehmen. Und mach genau, was du dir gesagt hast, die ganze Zeit, dass wir da sind. Okay. Ich geh'n bereit. Flitz. Da ist sie schon weg. Ja, das gefällt mir natürlich auch nicht, aber... Was soll man machen? Es ist mir doch noch lieber, als sie alleine zu lassen. Nämlich. Also nur, dass ihr es wisst hier. Falls ihr euch so fragt, warum ich hier so... Äh, ja. Es quält mich halt. Scheiße, wie da... Die Penner da, der hat ja wieder nicht geguckt. Die kommt noch um wenigstens, das ist einfach... Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy on this little break-in. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than five people. Even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly? Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying. If we want the best chance of... Who the hell is this? This is Bree. She can help us. Ah, I don't know. Je mehr, desto besser. Bloß nicht. Wer braucht halt sie nicht? Ich weiß nicht, was willst du denn? I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. With her help, we're in and out faster. Anyone have a problem with that? I guess not. Then what are we waiting for? Let's get moving. Ich weiß nicht. Die ist mir nicht so ganz geheuer. Die wollte mich unbedingt umlegen. Hold up just a sec. You ready? Ready. Whoa, hold on a minute. You're not taking her with us. Did you not hear anything I said about the kind of police properly? If you take her in you and me and her... This isn't up for debate, Vernon. Decision's made. So sieht's aus. For what it's worth, I don't think it's a great idea either. She's coming. Deal with it. You heard the man. Let's move out. Genau. Das ist cool. Neues Beil. Oh, der ist auch... Lee ist auch ziemlich angesäuert. Wie gegenüber Ben. Das merkt man. Schon habt ihr gesehen, wie er die Axt genommen hat. Der stinkt ihm auch langsam, der Ben. This should be it. We're right underneath the center of Crawford. The old school should be directly above us. Okay, people. This is it. Remember the plan. We stay quiet. We stay hidden. And we stay together. We find what we need. And we get the hell out before anyone even knows we're there. Got it? And that part about staying close. And it goes double for you. Can't get a good look above with the cover on. Yeah, logisch. Okay, ich sag jetzt nix das zu diesem Mal. Ist ja logisch, dass man doch den Gulli durchgucken kann, Lee. Ja, ich bin auch ein Idiot. Warum benutze ich den Scheiß überhaupt noch? Ja, manchmal ist es halt gut. Aber auf hier. So. Oh, lass mal gucken hier. Mal ein Auge werfen. Let's go. Ist keiner da. Leise, Lee. Ich hoffe, dass nicht wieder einer krach macht von den Idioten da hinter mir. Wo ist jeder? Es sollte die Gäste, die Patroule. Was? Sind Sie verabschiedet? Es ist einfach so strange. Ich glaube, ich sehe einen. Da drüben. Da drüben. Ist das Zombie-Wer oder was? Ich und Kenny schreien und versuchen, ihn auszutauschen. Die resten von euch warten für unser Signal, dann folgen wir uns über. Jeder hat es? Okay, Kenny, lass uns das auszutauschen. Keine Schreie, ohne dass es keine andere Wahl gibt. Genau hinter dir. Das ist ja so ein Zimmermannsbeil. Habt ihr gesehen? Keine Axt. Für was dann kann er gut? Und Zimmer kann auch gut, unser Lee. Also das könnte ja... Was werden hier? Mal anschleichen. Ihr habt gesehen, dass hat er immer mit Einschlager da das hingekriegt. Oh, Leisele. Kann ich nicht mehr umgucken hier. Nicht, dass ich noch sehe. Ich kann immer gucken, ob ich gesehen werde. Also ich werde ihm jetzt eine Zimmern fertig. Kommt. Da ist ein Zombie. Lee, das ist ein Zombie. Das ist ein Scheiß Zombie. Hau drauf. What the fuck? Ja, hau doch drauf, ihr... Ja, was für ein übeler Scheißer wieder. Zack, zack. Das ist klar, immer mit Einschlack. Das macht das super. Lee, du sollst gar keine andere Waffe benutzen. Das ist das Beste für dich. Wenn du Beile in der Hand hast, dann bist du absolut eine Todesmaschine. Wissen Sie? Ein Terminator. Ein Zombie-Terminator. What the fuck is a walker doing inside here? Ah, das ist alles voll wieder. Ah, nein. Get inside, fast! Nein. Die Wachen sind auch gefressen. Und... Ah, er unwinkelt schon wieder. Ah, fuck. Haben sie gesehen? Das war schon wieder so... Hier fängt es immer gleich mit 20 an! Aber wie soll denn das noch werden in der 5. Episode, Mensch? Fuck, fuck! Do you think they saw us? Kommt sie da zu Tausenden oder... Ich glaube nicht, ich bin sicher. Karl, keine Ahnung! Your guess is as good as mine. Was weiß denn ich? War da noch nie hier. Deine Antwort hat Glenn dann in... Oh, scheiße. Du musst nur aufpassen, was ich sag! What the hell happened here? I thought this place was supposed to be secure. What always happens, I guess. In the end, the dead always win. Oh man, you're so screwed. No, this is good. Was ist da gut? Er hat recht, er hat geht, er... Was ist da gut? How the fuck is this good? Before, everyone at Crawford was smart and they had guns. Now they're dumb and they don't. Hey, trying to look on the bright side here. Stimmt. Ja, genau, positiv denke, das hat gesagt hier. Do you even have any idea how many of them are out there? No. Do you want to do a head count? Or do you want to get what we need and get the hell out of here? Ja, da soll zählen gehen, dann ist es nicht los. Come on, I think I know which way to head. I got a bad feeling about this. Ja, ich weiß, du hast immer ein schlechtes Gefühl. Ich auch, aber Mensch, du musst mir doch was machen! Nicht einfach in die Hose scheißen, da, das bringt doch nichts. Ah, der Junk, da drinnen noch etwas. Zugenagte Türen. Ich muss aufpassen, was ich sag, schon wegen der kleinen. Hier, wie gesagt, positiv denken, ist ja gesagt. Ja, da will ich nicht rein, keine Sorge, Molly. Okay, ich bestimme nicht rein. Sieg mal wieder mal die lebensame Erfahrung, der Alten, wie nützlich doch das ist. Okay, alles leer. Okay, alles leer. Und wo gewerfen? Ja? Okay, das ist eine Schule, glaube ich. Haben sich die Crawfords hier in der Schule festgesetzt, eingenistet? Da muss ja bestimmt ein Nest sein von denen. Hier mit, äh, Globus und Kram und ja, genau. Ah, da, Waffen! Armory! Figures. Scott, they were using this room as some kind of command center. Ah, Mensch, 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 Mensch. Okay, so now what? Where do we start looking? Keine Ahnung, mal gucken. Hier ist ein Plan. Gruppe A, Gruppe C, Gruppe B, Gruppe D. Oh, scheiße, wie viele sind denn das wieder? Hier. Zack, geh doch mal. Da ist auch noch ein Plan. Just give me a sec. Was noch? Ich konnte es gar nicht gerade sehen. So, beziehen, wenn ich gemeint, die Batterie. Was denn zuerst, äh, Batterie? What about the medicine? Okay, the weed is wichtig, das ist wahr. Right here. Nurse Station. They were using it as a medical facility. Ah, Nurse Station. How do you know that? Also keine Nerds, oder den Nerds. Just makes sense, doesn't it? Vielleicht gibt es hier auch Nerds. Mich zum Beispiel. Beziehen, Batterie. Any idea where we could find a battery? Maybe at the auto shop. There used to be one in the alley outside the fire escape. Yep, it's called Hermann's. You can't miss it. What about the fuel? Where should I start looking? There's a maintenance shed across from the playground here. If they were storing fuel, that's probably where it'll be. Okay. I'll make the run to the maintenance shed for the fuel. It'll be faster if I go with you. I can take you right to it. I'll come too. No, two people's enough. You stay here. See if you can use any of those tools we brought to get that armory door open. We might need to shoot our way out of here. I'll go for the medicine. I'll come with you. I know what to take. Okay. Guess that leaves me to go find us a battery. I'll go with you. Watch your back. Okay, we've got a plan. Everyone be careful. Stay close to one another. We'll all meet back here. Good luck. What about me? What can I do? I need you to stay here with Ben and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, okay? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you. Understand? Oh, okay. Okay. Also. Back before you know him. You're leaving me with Ben. So is that. You'll get it. I think I'll get it. I'll get it. But that's not good. I'd have to take it. Shit, one again. He'll get it. He'll get it. He'll get it. Man, here we can take things. Come on, look. I'm scouts. Nein, da habe ich jetzt keine Zeit. Da kann sich die, die Klemmel ein bisschen die Zeit vertreiben. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Aber hier, pumpen. Da kannst du mir vielleicht eine anpacken. Creepy. Ja, die ist wohl nix. Das ist nix. Nee. Nicht für sie. Might come back for these later. Any reading material would be nice, once we get on that boat. Hey, need any help with that? Thanks. I got it. Just once, I'd like to do something useful, you know? Ja, vielleicht kriegst du auch mal hin. Das wäre mal eine schöne Abwechslung. You'd make a nice change of pace. Genau. Wow, no need to agree with me quite so much. Thanks for the vote of confidence. Well, I'll let you get on with it. Wenn wir uns daran erinnern, wir haben Pech gehabt. Hab ich jetzt auch gar kein Mitleid. Du hast voll Verschissen bei mir. There is something you can help me with. Something that's been on my mind. I could use your opinion. What is it? It's Kenny. Since I've been helping him work on the boat, I've gotten to know him a little better. He's a good guy, you know? And it's eating me up, knowing what I know. I've been thinking about telling him the truth. Ben, come on. This again? It's my fault Duck and Katja got killed. If I hadn't screwed up back at the motor end, they'd still be alive. How am I supposed to just carry something like that around? I have to tell him. Der leg dich um. Du bist total übergeschnappt. Du sollst ziehen. Ich hab keine Zeit dafür. Ben, I've really had time for this. Ich jetzt. You don't get it, Lee. What am I supposed to do, whenever he talks about Katja and Duck? Just nod and pretend like it wasn't my fault. I can't do it anymore. There'll come a time when he's ready to hear it. But it's not now. Not yet. I hear you. I'm gonna get back to this. Nicht jetzt, verdammt. Das kannst du auf dem Boot machen. Dann öfter dich noch, wenn er das hört. Scheiße, Wetter. Jetzt dachte ich schon, ich könnte den zu Recht hassen oder wenigstens ignorieren oder was. Jetzt kommt der mir wieder so. Ja, seid du scheiße, ihr Telltailer. Das ist zu fies manchmal. Jetzt, jetzt. Ah, jetzt hab ich wieder Mitleid mit dem. Ah, Mensch, 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 Mensch. Das ist ja so scheiße, weil ich war. Das ist gemein. Jetzt dachte ich, ich könnte den mit gutem Grund da so ein bisschen tritzen. Beziehungsweise ein bisschen ignorieren. Jetzt kommt der wieder so. Ach, Mensch, das ist doch. Ah, ich muss hier weiter, aber das hat keinen Wert hier. So, Flugblätter. Ach, da. Ja, vielleicht sieht man vielleicht. Sieht, wie sie hier hatten ziemlich ein System. Crawford's final solution. Okay, ihr seht. Also, das hab ich so ziemlich ähnlich gesehen. Die haben aber das nicht genau übernommen. Das hab ich mir so ähnlich auch gedacht. Und zwar, ihr seht da. Also, fangen wir mal links an. Bei dem 1. Ich kann das leider... Was heißt denn das? Keine Ahnung, das ist ne Sauklaue hier. Erstklässler war das, der das geschrieben hat. Ich kann's nicht lesen, was das sein soll. Also, auf jeden Fall Anzahl, bla bla bla, Bürger gefunden. Und ist das ne Minus? Nein, das ist ein Pfeil. Also, einer. Und dann die, die sie nach, hier in die Schule gebracht haben. Zwei. Und dann die Anzahl der Workers, die sie gefunden haben. Nämlich drei. Und dann Tage seit dem Ausbruch. Also, 71. In diesem Fall hier. Und Initialen der Person... Äh... Kann du... Oh je, keine Ahnung. Äh, äh... Gesucht. Äh? Keine Ahnung, was das wieder heisst soll. Ich seh's auch nicht. Äh, ihr wisst ja... Nein, das wisst ihr natürlich nicht. Ich hab... Doch, ich hab's gesagt. Ich hab ne Brille. Und ich seh, auf die Nähe hab ich ein bisschen Mühe manchmal. Ist egal. Auf jeden Fall, ihr seht das da. Dann könnt ihr euch das auch schenken mit den Kommentaren. Falls ihr es nicht so gemacht habt. Ist jetzt ein bisschen spät. Aber es ist genauso ähnlich, wie wir es mir gedacht haben. Auch wenn sie es hier leichter angepasst haben. So, und das war's auch. Geh mal hier raus. Fand ich jetzt aber noch interessant, das nämlich zu wissen. Weil das könnte ja auch hilfreich sein. Wenn ich irgendwo ne Tür seh, dann weiß ich... Wenn da ne 3 dran ist, dass da vielleicht noch 3 Stinker drin sind. Hm. So, kann ich hier auch durch. Komm mal. Das leidet da wieder, Deli. Das hab ich mich noch gar nie gefragt. Das ist gut, das hab ich mir noch... Dachte mal, bei... Bei der Gedanken waren auf Georgia beschränkt. Ich hatte genug damit zu tun, Mensch. Hier, Meisterkleister ansehen. So, ja. Soll ich damit mit Kleister? Kann ich auch nur angucken. So, so, mein Herr. Soll ich dir mal Unterricht, mal über Geschichtsunterricht geben? Ja, da steht's nicht so drauf, oder noch? Nee, nicht wirklich. Du bist okay, Clem? Ja. Diese Stasse ist nur wie die, die wir in meiner Schule haben. Ja, mal sieht's. Ich weiß, es ist weirrt, aber ich vermisse es, es zu sein. Hab ich mir gedacht. Ich auch, ich vermisse es... Ja, wahrscheinlich schon. Ich vermisse es zu unterrichten. Ich auch. Ich war ein Lehrer, weißt du? Ich erzähle dir was. Wenn wir uns selbst ein seltsames Platz finden, setze ein kleines Klassraum. Just you and me. Das wär cool. Da freut sie sich an, oder? Will there be homework? Och, nö. No homework. Genau, no homework. Ach, witz. Das find's gut. Do you think things will ever be normal again? Just like the way they were before? Oh, kaum. Scheiße, jetzt hab ich... Ich denke schon, ich glaube nicht. Weißt du doch, was Katja... Keine Ahnung, was sie gesagt hat. Genau, gute Idee. Erinnerst du, was Katja gesagt hat, zurück auf der Farm? Sie sagte, wir werden alle bald wieder Hause sein. Und jetzt ist sie tot. Aber wir sind nicht. Wir sind immer noch alive. Und wir müssen auch Hoffnung halten. Es ist die einzige Sache, die nichts davon auszulassen können. Also, liebe Telltaler, bitte, ähm, wenigstens doch sowas. Der könnte auch... Er könnte die Treppe hoch, kommt er doch auf. Wieso kommt er jetzt da wieder nicht hoch? Das leidet er dann immer so komisch, wenn ich... Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Ist egal. Okay, geht halt einfach nicht. Da bin ich ja froh, dass ich die Molly hab, weil da komm ich doch diese Feuerleiter da, wo, wo... Was, die Batterie soll ich doch holen? Da komm ich doch nie hoch, bitte. Der kriegt den nie wieder nicht hoch. Mensch. Also, hier aber gucken. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir wahrscheinlich, schätze ich mal. Äh, da gab's da hier auch noch einen Plan, oder? Genau, hier. Das muss wohl das Gebäude sein. Äh, äh, äh. Das sieht man leider. Also, auf jeden Fall, da gab's vier Gruppen. Gruppe A bis D. Die haben das irgendwie bewacht. Oder sind das Gruppen, die sie plündern wollten? Weil... ... als sie hier so Häuser markiert haben. Wäre doch gut, wenn wir das rauskriegen, oder? Falls wir doch auf die stich vermuten, ja. Weil die Episode... Die könnte doch schon noch einen Moment gehen. Äh... Was kann ich denn da entnehmen? Also, ich kann sie ja nicht nehmen, aber ich könnte vielleicht... ... aus der... ... bisschen Information rausziehen. Also, sind wir hier? Ist auch ein Kreuz. Hier sind ganze... Ganze Blocks sind hier durchgestrichen. Und hier einzelne Häuser, sogar welche ausradiert... ... dann gibt's Kreise. Für was steht das, verdammt? Ne Legende wäre jetzt nicht schlecht. Genau wie auf dem Blatt vorhin. Ah. Also, okay. Also, das werden wohl die Blocks sein. Wenn ich jetzt wüsste, für was die durchgestrichen waren... ... dann sind... Hier sieht man, ganze Blocks sind durchgeschossen. Eigentlich überrannt, vermute ich mal. Also, könnte sein, da das... Also, ich stelle jetzt hier mal kurz... ... äh... ... für die, die es nicht interessiert, einfach hier... ... hier unten gibt's einen Knöpf, hier die West, hab ich schon mal gesagt... ... einfach vorspulen. Ich lass den auch hier stehen, dann wisst ihr, wenn er wieder läuft, dann geht's weiter. Ähm... Ich dachte mal so grad, das könnte ja sein, dass das vielleicht die Kirchen sind... ... oder das, irgendwie, dass die dann... ... dass die benutzt werden, eben dieses Glockengeläut, dann gehen die dahin, dann kann man irgendwo rumlaufen... ... oder... ... oder umgekehrt halt, dass, äh, diese... ... diese Kreise... ... bisschen viel Kirchen allerdings... ... aber vor allem mal so nah aufeinander. Also, ich schätze mal, wenn, dann könnten das eher die Kirchen sein. Die sind nämlich besser verteilt, auch so schön regelmäßig. Das machen sie ja hier, die Katholikern. Georgia ist ja, soweit ich weiß, katholisch hauptsächlich, oder? Oder so komisches Sektenkram, also für unsere, für unser Heiner wären das Sekten. Nicht Insekten, nein, Sekten, Sektierer, hocken da drin. Also, ich schätze mal, das sind ganze Blocks, die überlaufen sind, da kann man, soll oder kann man wahrscheinlich... ... ich hab ja vorher mal kurz vermutet, dass diese Kreuze hier, ähnlich auch, nicht mehr begehbar, sowas. Und, dass das vielleicht hier wohnt, doch jemand, die sie vielleicht geplündert haben, plündern wollen, irgend sowas. Aber wie gesagt, ich kann's nur vermuten, was diese einzelnen Sachen so sind. Ich werd jetzt auch gar nicht weitergucken, damit ich euch nicht langweile, aber es würde mich interessieren. Ah, hier ist was. Die Georgia-State-Flag. A lot of history there. Not that it matters much now, I guess. Doch, mich, dich bestimmt auch, Lee. Mich interessiert das schon. Hier, Georgia's, äh, Wappen. Ist ja ganz ähnlich für die, die es wissen, das ist ein bisschen angelehnt. Oder, nee, sag mal, ist das die erste? Sehe ich grad, kenn ich nämlich gar nicht, Georgia's Wappen. Aber, könnte ja sein, dass das die erste Amerika-Flagge ist, hm? Was jetzt, was stand das mal? Das sind doch die Staaten, die Anzahl Sterne. Und die Streifen, da war auch noch was. Äh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die haben auch eine Bedeutung, auf jeden Fall. Sind nämlich, soweit ich weiß, 13. Oder, ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 10, 11. Also, die Liste sieht man nicht da. Ja, wahrscheinlich sind's 13. Der Rest ist so umgeknickt. Aber, soweit ich weiß, sind's 13. Und, ich weiß jetzt gar nicht, ob das... Die Georgia-State-Flag. A lot of history there. Also, ihr wisst vielleicht, am Anfang waren's ja weniger Staaten. Da waren's auch weniger Sterne. Und dann ist das wahrscheinlich wirklich Georgias Staatsflagge. So, derart. Tja, außer, ich geh jetzt mal hier mal gucken. Da gibt's noch ein Regal. Nothing but Creants and Construction Paper. Ja, das wär doch was für die Kleine. Können sie da auf den Tisch ein bisschen malen. Und Auge auf den Ben werfen. Weil der krieg's doch wieder nett gebacken. Der Ben. So, und jetzt mal hier drauf guckt, weil das ist viel wichtiger. So, according to Bree, fuel is at the maintenance shed. Medicine might be at the nurses' office. And a battery would probably be at the auto shop out through here. Die Nurse Station. Für die Nerds. Die Nerd Station. Und hier die Feuerlein. Ja, hier wird's wieder einen Fall geben, vermute ich. The fuel's in a shed across from the playground. It's just outside the stairwell. For a little fine medicine anywhere, it would be the place to look. Ja, ist ja eine Schule, ihr wisst. Hier auch Barthroon. Das ist die Schule in der Waffe. Das muss eine üble Schule. So, wie heißt die Schule? Wie hieß die Schule nochmal da? Äh, wo's denn den Amoklauf hat? Äh, scheiße fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das muss bestimmt diese Schule sein. Ah, vielleicht fällt's mir doch ein. Da, diese Schule halt, wo sie irgendwie so, weiss nicht, zig Schüler haben sie da erschossen. Die Ärsche, die zwei. Da, ja. Da gibt's auch ein, ein Kommando-Hauptquartier in der Schule. Und, ah, die Bücherei, ja. Records, also, äh, weiß nicht, Platten, Aufnahmen, irgendwas. Und, was, Quart? Quarts? Quartner? Ah, Viertel, häh? Viertel? Viertel AB, keine Ahnung. Und, Alleyway, also eine Alley geht hier durch. Tja, tja, tja. Second, ah, sehe ich jetzt, Second Floor. Und hier ist Spielwiese, Playground. Und, okay, er hat ja auch gesagt, hier, genau, Tür zum Spielplatz. Wahrscheinlich muss ich da noch rumspielen. Mach ich ja gerne hier ein bisschen spielen. Kennt ihr das, äh, das Lied? Ich will da nur spielen. Das könnte man hier auch mal unterlegen. Hab ich auch schon gedacht. Hab ich auch schon öfters gesagt, also. Allerdings sag ich immer, ich will da nur reden. Ja, mach ich auch die ganze Zeit so jetzt raus hier, komm. Ja, mal rausgehen, bevor ich mich hier wieder verquatsche, eh, los. So. Okay. Geht's hier? Hallo, Zuschauer, äh, ja, wie gesagt, ich muss da bald wieder mal schnippeln. Das sind nämlich schon wieder 30 Minuten. Und, ja, ich gehe hier noch ein bisschen ganglang kurz. Und dann, äh, muss ich mal schneiden. Das war nämlich... Ja, ich werde das jetzt machen. Kommt, die 30 Minuten sind vorbei. Da war grad Speicherzeichen. Da kann ich hier super wieder einsteigen mit dem Lied. Okay, ähm, ich danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, dann guckt doch wieder rein. Und, ja, wenn ihr mögt, bis dann. Tschüss.